Willkommen zu meinem Review-Video über den Schinko Mobile Air Conditioner. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses erstaunliche Produkt erzählen und warum es eine großartige Investition für Ihr Zuhause sein könnte. Aber bevor wir beginnen, vergessen Sie nicht, den Link in der Videobeschreibung zu überprüfen, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und mich zu unterstützen. Lassen Sie uns direkt in die Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten eintauchen. Der Schinko Mobile Air Conditioner ist ein 3-in-1-Gerät, das mit intelligenten Modi ausgestattet ist, Kühlung, Ventilator und Entfeuchtung. Im Kühlmodus sorgt er für eine starke Kühlung in heißen Wetterbedingungen. Im Ventilator-Modus ermöglicht er eine Luftzirkulation im Raum. Im Entfeuchtungsmodus ist er ideal für regnerisches und feuchtes Wetter. Dieses Gerät erfüllt alle Ihre Belüftungs- und Kühlungsanforderungen. Ein weiteres großartiges Merkmal ist der 24-Stunden-Timer und der Schlafmodus. Mit dem Timer können Sie die Betriebszeit des Geräts von 1 bis 24 Stunden einstellen. Im Schlafmodus wird die Temperatur des Klimageräts automatisch um 1 Grad Celsius für die ersten 2 Stunden und dann um weitere 2 Stunden um 1 Grad Celsius erhöht, um Sie vor nächtlicher Kälte zu schützen. Die Lüftergeschwindigkeit wird ebenfalls auf eine niedrige Geschwindigkeit umgeschaltet, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Die Bedienung des Schinko SPK 2 bis 019 9000 BTU tragbaren Klimageräts ist einfach und bequem. Es verfügt über ein intelligentes LED-Bedienfeld und eine voll funktionsfähige Fernbedienung, mit der Sie die Zeit, die Temperatur und den Modus problemlos ändern können. Dank der vier Räder und der integrierten Griffe können Sie das tragbare Klimagerät mühelos von Raum zu Raum bewegen. Ein weiterer Vorteil dieses Produkts ist die einfache Reinigung und der Einsatz von R290 Kältemittel. Der hintere Filter kann leicht entfernt werden, um eine einfache Reinigung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass jeder Atemzug so frisch wie möglich ist. Das R290 Kältemittel ist natürlich, freonfrei, umweltfreundlich und kohlenstoffarm. Es schützt die Ozonschicht und bietet ein neues Erlebnis in Bezug auf nachhaltiges Leben. Die Installation des Schinko Mobile Air Conditioners ist schnell und einfach. Sie benötigen lediglich ein Fenster, verschiebares oder Schiebefenster, um die Wärme aus dem Raum abzuleiten. Das Kit enthält den Abluftschlauch und das Fensterkit. Fensterdichtungsplatte und Abdichtungstuch und erfordert keine zusätzlichen Werkzeuge zur Installation. Die Installation kann in nur 5 bis 10 Minuten abgeschlossen werden. Jetzt möchte ich Ihnen eine Bewertung von einem zufriedenen Nutzer vorstellen. Piwi aus Deutschland hat das Produkt mit 3,0 von 5 Sternen bewertet. Er bemerkte, dass das Gerät im Allgemeinen zu laut ist und der Lüfter automatisch von niedriger auf hohe Geschwindigkeit wechselt. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, gibt es ein unangenehmes Fiebgeräusch. Es ist wichtig, verschiedene Meinungen zu berücksichtigen, um ein umfassendes Bild des Produkts zu erhalten. Die durchschnittliche Bewertung für den Schinko Mobile Air Conditioner beträgt 4,2 von 5 Sternen, basierend auf 268 Bewertungen. Dies zeigt, dass die Mehrheit der Nutzer mit dem Produkt zufrieden ist und es empfehlen würde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Schinko Mobile Air Conditioner ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät ist, das Ihre Belüftungs- und Kühlungsbedürfnisse erfüllt. Mit seinen intelligenten Modi, dem 24-Stunden-Timer, dem Schlafmodus und der einfachen Bedienung ist es eine großartige Investition für Ihr Zuhause. Denken Sie daran, den Link in der Videobeschreibung zu überprüfen, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und mich zu unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.